Hi, ich bin Jons von newgadgets.de und habe hier die LED-Lenser M7R mit dem Advanced Focus System, das auch von der Firma patentiert wurde. Außerdem ist das ganze Mikrocontroller gesteuert. Wir haben hier 8 verschiedene Lichtprogramme und das alles einstellbar über diesen einen Knopf. Da der Hersteller 2 Brüder Optoelectronics einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchte, wird das Ganze mit einem wiederaufladbaren Akku geliefert. Es werden hier also keine Batterien eingesetzt. Und wenn wir die M7R jetzt mal einschalten, seht ihr, haben wir ein schön breites Licht. Und durch das Advanced Focus System, einfach mit dem Daumen den Kopf vorschieben, haben wir ein punktuelles Fernlicht. Durch ein leichtes Drücken des Knopfes kann man vom Konstantstrombetrieb in den ungeriegelten Betrieb oder auch den Energiesparmodus schalten. Dieser ist in der Nacht immer noch ausreichend hell. Der nächste Druck auf den Knopf aktiviert das Blinken, das ideal geeignet ist, um auf sich aufmerksam zu machen. Als nächstes kommt die SOS-Funktion. Diese sendet dann 3x kurz, 3x lang, 3x kurz Signale aus. Und last but not least der Defense Mode. Ein stroboskopartiges Flackern. Das sieht man in dem Video gar nicht, weil es einfach in Wirklichkeit noch viel schneller geht. Mit einem weiteren Druck haben wir wieder die normale Taschenlampe. Wie vorhin erwähnt, arbeitet hier ein Mikrocontroller. Und wir haben hier 3 verschiedene Lichtprogramme, die wir einstellen können. Dazu einfach im ausgeschalteten Zustand 4x kurz drücken und dann einschalten. Und schon befinden wir uns hier im Easy Mode. Den erkennt man leicht daran, dass man beim leichten Drücken nur zwischen Normal- und Stromsparmodus schalten kann. Das gleiche danach nochmal. Und wir befinden uns im Defense Mode. Durch leichtes Drücken sind wir sofort in dem Defense Mode. Und müssen nicht noch lang herumsuchen. Dieser Modus eignet sich dann ideal für Wachpersonal. Wenn ihr dann nochmal 4x kurz drückt und die Taschenlampe dann einschaltet, seid ihr wieder im Professional Mode und könnt auf alle Funktionen zugreifen. Und da die M7R mit einem wiederaufladbaren Akku ausgeliefert wird, können wir den natürlich jederzeit laden. Hier haben wir das Netzteil. Da stecken wir hier den USB-Stecker rein. Am anderen Ende haben wir dann ein magnetisches Ladekontaktmodul. Und, was passiert jetzt? Einfach das Ende der Taschenlampe mit dem Modul verbinden und schon wird es aufgeladen. Und ganz bequem wird es mit der mitgelieferten Ladevorrichtung für die Wand. Einfach mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben an die Wand. Dann hier oben das Modul reinstecken. Und schon könnt ihr jederzeit die Taschenlampe einfach hier daran klemmen und dann bei Bedarf wieder mitnehmen. Da ihr ja gesehen habt, dass das Ganze über einen USB-Stecker läuft, könnt ihr natürlich auch die Taschenlampe an einem Notebook aufladen. Einfach in den USB-Port und schon wird die Taschenlampe aufgeladen. Und die Taschenlampe muss natürlich auch mal im Freien benutzt werden. Gerade habe ich ihn in den Energiesparmodus geschaltet. Und jetzt fokussiert. Also ihr seht, immer noch ganz schön hell. Hier seht ihr es nochmal. Fokussieren mit einer Hand. Geht absolut problemlos.